Herzlich Willkommen zu HUA 20 Uhr Folge Hey Leute, was ist das für euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge Herzlich Willkommen zu FIFA Mobile 21 Ich kann euch direkt vorweg sagen, es wird heute eine kürzere Folge sein Ich bin aber trotzdem um 20.10 Uhr, um 20.15 Uhr live Und wir starten dann quasi gemeinsam ins ultimative TOTS rein Heute wirklich, ich werde heute nicht viel machen, ich werde mir zwar einen geilen Spieler abholen Also höchstwahrscheinlich, okay, nicht höchstwahrscheinlich, sondern ich werde mir einen guten Spieler abholen Weil ich habe für heute nochmal ein paar Reserve-Spieler-Packs Und ich habe ja gestern schon die Premier League-Packs geöffnet und heute öffne ich 5 Stück Das heißt, ich werde heute Save Gündogan bekommen Aber die Frage ist, was wir da zusätzlich noch zu bekommen Kriegen wir nochmal eine Million Münzen? Kriegen wir nur 250.000 Münzen die ganze Zeit? Ich fange einfach mal an, erstes Pack, ja, let's go Ich möchte eigentlich auch nicht mehr so Also zum jetzigen Zeitpunkt derzeit in der aktuellen Lage Sag ich ganz im Ernst Die Kommentare von euch waren zwar Taten der Seele sehr, sehr, sehr gut, sag ich mal Aber derzeit Ihr habt davon Ihr habt von ein, zwei Dingen noch nicht mitbekommen Die ich jetzt aber derzeit auch nicht sagen möchte Deswegen glaube ich, ist es jetzt besser erstmal für mich Ruhe zu bewahren Und eventuell kann ich euch das Ja, eventuell kann ich und werde ich Ich weiß es aber nicht ganz genau Vielleicht spreche ich da nochmal irgendwann drüber Aber zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, ist es die bessere Entscheidung Erstmal versuchen normal weiterzumachen Sagen wir es mal so, versuchen normal weiterzumachen Drei Packs habe ich noch, bis jetzt war nur Schmutz Bis jetzt war absoluter Käse Und mal gucken, was im dritten Pack drin ist Skillboost-Karten, keine Ahnung wie viele Ich habe jetzt auch keinen Nerv, das Ganze zusammenzurechnen Ähm, ich glaube das wird die kürzeste Leute, das müssen wir ja auch mal einstellen, ne Das müssen wir, diesen Rekord müssen wir ja auch mal einstellen Das ist die kürzeste 20-Uhr-Folge Äh, die es wahrscheinlich jemals geben würde Oder, äh, die es jemals gibt Also die 20, die kürzeste 20-Uhr-Folge, die es jemals gibt Punkt, fertig, aus Weil wir holen uns jetzt Gündogan ab Danach stelle ich Gündogan rein Und dann sehen wir uns quasi auch schon wieder live Ne, live und in Farbe Zum FIFA Mobile Live-Stream 98er, ille, ille, ille Illgai, Junge Und den hatte ich ja gestern schon nachgeschaut Gündogan bringt ja ungefähr Was kostet der Costa Quanta? Arschritze auf jeden Fall nicht Sondern der Costa Quanta 6, 7 Millionen war das, ne Und das ist schon nicht verkehrt Das ist definitiv nicht verkehrt 7 Millionen nehme ich nochmal mit Dann bin ich bei 195 wieder Und das schmeckt auf jeden Fall Ja hier, 6,7 Ja, ich weiß nicht was Finanzberater AJ jetzt sagen würde Übrigens, Alisson hatte ich mir abgeholt Falls ihr es noch nicht gesehen hattet oder so 6,3 Und ich mach, komm ich mach 6,4 Das ist ein bisschen günstiger drauf Hab trotzdem meine Hab trotzdem meine 195 Millionen Und dann hat sich der Lachs hier erledigt Leute, das soll es auch wirklich gewesen sein, ne Ich mein es ernst, ich mein es ernst Das war keine Verarsche oder sonst was Ja, normalerweise hätte ich hier rumgebrüllt, rumgeschrien Gündogan und so Aber mir ist gerade dazu nicht Nicht in der Lage Und die 20 Uhr Folge wollte ich nicht komplett ausfallen lassen Und ich bin hoffentlich jetzt auch gleich live Ich werde es alles einstellen Und ich werde Ja, ich werde gleich für euch dann am Start sein Lasst gerne ein Like da Lasst ein Abo da Das war die kürzeste Folge Aber muss es ja auch mal geben Und dann sehen wir uns gleich wieder 20.10 Uhr circa bin ich live Und ich glaube das ist das erste Mal Dass die 20 Uhr Folge beendet wird Und der Livestream noch nicht gestartet ist Beziehungsweise Ihr noch ein paar Minuten warten müsst Aber Ich hoffe ihr habt ein paar Minuten Zeit Ich bin jetzt nämlich gleich live Und dann bin ich jetzt raus Und sehen wir uns gleich wieder Haut rein Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.